hallo und herzlich willkommen zu einem minecraft special von mir schon wer und von ihr müsst euch diesmal selber verdingsten, nur so zu händen ähm ja hallo ich bin's wie immer und spiele heute minecraft ja er ist es sagt nicht mal wer er ist aber er ist es, das wisst ihr schon mal, das ist blizzard also das ist jetzt aus zwei sichten aufgenommen also ich tu den blizzard in die kanalbeschreibung rein und er wahrscheinlich mich auch wenn nicht dann bin ich ganz böse auf ihn ja natürlich und dann gibt es noch einen mitläufer es gibt immer einen mitläufer eine mitläuferin dieses mal hallo wer bist du miri okay also ich habe keine ahnung was das für die map ist aber hier steht was willkommen to our small christmas parkour map die regeln keine glöcke oder items kaputt machen und man sollte nicht versuchen bei dem parkour außenrum zu gehen oder so und viel spaß danke minecraft pg5 also keine ahnung wann du die map hast kannst du ja vielleicht mal sagen oder sowas sag mal woher hast du denn die map ähm die map haben wir jetzt aus irgendeinem forum oder ist es überhaupt ein forum ist eher eine homepage haben wir die jetzt gedownloadet ich wollte noch ganz kurz was sagen wir haben alle ein problem es gibt wahrscheinlich zwei bälle meins äh okay also ich würde mal sagen wenn es eine person gibt die nichts speichern sollte dann ist es wahrscheinlich die die aufnehmen also okay andersrum jetzt alles genommen ähm ja egal wir werden schon hierher gepostet oder ja wir kannst du kurz rausgehen dass es aus tag wird und dass es ein sponpunkt ist weil wir können nicht wirklich viel spaß beim auslaufen ja wir sagen dann und der hat sich grad sogar bewegt dass es ins bett ging ja weil da blöcke es hält sich wenn nicht runterfallen muss ich komplett von vorne anfangen wir und werden nein 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 du kannst dann trotzdem bei anderen betten rein also es kommen ja später noch welche oder wir tun jetzt die betten weg und dann tun wir zum egal keine ahnung es wird schon irgendwie funktionieren auf jeden fall hat jeder apple 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 ich hab keine apple du hast keine okay gut dann öffne ich mal das erste tor ach ja das ist übrigens eine adventskalenderweb ich darf ich darf ich ja ich hab mir einfach bei dir ja also das ist übrigens eine adventskalenderweb und ein jumprun und da keine ahnung ach du gute rüte es wird wohl nicht so super ach du scheiße camp muss nur da zurücklaufen ja also wie gesagt adventskalenderweb und wir versuchen jetzt alle teile erstmal so schnell wie wir wirklich machen auch wenn es ein bisschen spät ist und ich bin nicht gerannt fängt super an also damit ihr bescheid wisst eigentlich kann sie das gar nicht aber mal schauen ja jetzt werden erstmal verschiedene spieler fertig gemacht ja ja au verliert man ja voll viel Leben nein ja erst ja ja erst große töne spucken ja ich bin aber ziemlich weit gekommen ja super ja mich auch ich frag mich ob es hier unten irgendwo kisten gibt oder so ja natürlich ja wirklich ich hab eine gefunden ich hab eine gefunden ich hab die kiste gefunden und da ist nichts drin hat jemand von euch da ist ne drückplatte ich hab irgendwie angst da drauf zu komm mal her bitte geh mal da rauf war doch schon drauf aber die ist ziemlich böse die ist dafür da dass du den weg hast was was das wird super geh mal jemand vor ich glaub ich sollte anfangen irgendein Programm zu suchen wo ich schneiden kann warte wenn ich hier drauf bleibt ach gute Güte boah wenn ich hier drauf bleibt können wir voll cheaten dann kann einer voll weit vorgehen schon also das wär für dich jetzt lieber gedacht glaub ich wir sollten weil sonst werden wir hier wahrscheinlich ne Weile brauchen und so ja eigentlich ich hab Angst mich zu bewegen eigentlich ist die Welt ja dazu da damit man ach ich lauf einfach vor nein du darfst doch nicht egal du Schwein oh okay ich glaub die ist ziemlich schwer eigentlich ist die Map dazu da jeden einzelnen Adventstag ein ein Spiel zu machen und ja du bist hier jemals durchschauen ich weiß ob ich es hier jemals durchschaffe ja das ist fraglich wir könnt ihr auch vielleicht später manchen Leuten erlauben wir ein bisschen zu cheaten weil die nicht die Kraft des Let's Plains haben würde ich mal sagen boah bist du weit vorne aua ja ich bin auch ein Profi ich glaub ich schaff's da nicht rüber ich glaub irgendwie ich hab da nicht so den das schaffst du schon du musst nur rennen und die ganze Zeit auf die Lehrtaste drauf hermann ja das Ding ist nur irgendwie sind meine FPS grad voll hoch ja jetzt jetzt ja 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 hey da unten ist ne Enderchest ich hab doch gesagt diese Kisten na au ich bin auf dieser Stelle irgendwie ein bisschen am kämpfen ich schaff das ich glaube an euch und wie gesagt ich glaub ich soll anfangen mal ein bisschen bist du schon durch? nein nein aber ich soll trotzdem mal anfangen ein bisschen Dings schneiden oder so zu lernen weil sonst könnte ich jetzt ewig auf euch warten währenddessen bei mir nichts passiert warum springe ich von dieser scheiß Platte nicht? ähm weil du nicht auf die Leertaste ne richtigen NEIN ach ich hämmer da drauf ein ok keine Ahnung ach komm das ist immer an diesem letzten ok jetzt ruck jetzt ziemlich huah ähm das wird ja ganz interessant also Noah ist mir zu dir vor dass hier ist der erste Advent ja das ist allerdings der erste Tag für den Adventsteilender ich will gar nicht wissen wie die anderen Tage waren also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer oh man ich bin zu weit oh ich bin tot uh ok wir haben schon einen Toten es geht schon mal super verantwortlich sagen ähm also das könnte man oh geschafft ich sag nichts mal aber was ist wenn man da hinten runterfällt musst du dann den ganzen Weg gehen oder ähm ja wenn man doof runterfliegt ja aber es gibt auch Teile wo man runterfliegen kann so gesehen hu oh man jetzt komm ich gar nicht oh fuck ich glaub an euch ich bin glaub ich da ach nee ich muss jetzt erst herzen generieren wenn ich jetzt nochmal runterfalle bin ich tot huuuh NEEIN ok ich kann alles von vorne machen oh aber wie hast du das eine so leicht hinbekommen mit der magischen Kraft des Hüpfens ich hab einfach auf die Leer-Tasse gedrückt ich weiß ich weiß das ist ja schon was besonderes boah nee wo ist Gewitter draußen es war es waren zu viele Lecks gerade also im Game ja 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 jetzt kommen die Lecks und oh je ja ich glaub wir werden alle sterben AHHHHH guck mal noch ouch oh man ok warum warum bin ich runtergeflogen ich war ganz am Ende ähm wir haben uns glaub ich eindeutig falsche Ziele gesetzt also das Ding das wird auch ein bisschen gigantisch ich schaff's nicht komm zeig mal was du kannst ok fuck ok ok du bist schuld du hast mich abgelenkt weil du hast du hast die ah jetzt voll auf mich verlassen und dann wusch mann also meine FPS gehen einfach mal ganz plötzlich auf 10 runter 10? wie kriegst du das hin? ich weiß es nicht dass du ganz plötzlich tja wahrscheinlich die magische kraft der ausreden ne 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 lege deswegen ist es wirklich schon fast wie ne austreten i na ne huh ich habe es geschafft so fast dann bist du da rüber gekommen um gehüpft okay ich werde jetzt mit sowas die kürzelt in spiel ganz klar vielleicht kommt mir dann leichter ich weiß nicht ich habe ich will gestimmt oh yeah oh ja es geht schon ganz anders aus die goldenen äpfel kann man voressen was ist das oben links oder goldenen apfel ist extra herzen ok cool kenne ich nicht lass mich mal hier rüber also klappt nicht das ist der allererste tag aber nicht mal hier draufstehen und ich versuche über 13 fp ist wenn ich fremse alle sind alle tot glaube ich wissen ganz herum ihr seid ja schnell wieder hier das ist ja nicht das nein wir schafft es nie mehr ich schaffe nicht mal mehr die treppe die leiter hoch ich bin beim unterfliegen habe ich mir den arm gebrochen ich schaff das nicht mehr dann hopp ich sehe nichts ich kann nicht noch weiter zurück okay zu viel dazu ich habe es eben auf den ersten stein geschafft ich habe diesen einsprung nicht du darfst nicht zu früh hüpfen ja irgendwie keine ahnung ich bin gerade voll zu behindert das ist zu einfach darauf sage ich nix jaja passt schon okay ich glaube ich werde mal kurz die partikel effekte rausnehmen wissen die stimmt wer weiß vielleicht verstört mir das gerade alles wo macht man denn die ach sag mal ich so macht man das so ein bisschen mehr Millen ja natürlich was dann drüben man sagt die ist ja und das passt okay also moment war ja nein ich habe ich habe schon gesehen wie ich drauf stand aber ich stand nicht warum kann ich die Äpfel nicht aufheben Ich hatte recht, oh, ich bin so gut. Da ist mein Ping voll normal. Oh, jetzt hab ich meinen Appel. Bist du schon wieder weiter? Warum schafft ihr das nicht? Ach, das stimmt ja. Ich schaff das sowieso nicht. Ich jetzt weiß ja, warum er mich mit ist. Ach komm! Nein! Nein! Wenn ihr es nicht schafft. Ich war drüben und dann bin ich zurückgesetzt worden. Wie? Warum? Ihr werdet es nachher im Video sehen. Sein Scheiß. Vergangen. Oh komm, nee. Was soll denn das? Okay, geschafft, gut. Euer Ernst und ich? Ja, du wirst dahinten zurückbleiben. Es gibt hier hinten übrigens echt nervige Sprünge. Das Gute ist, wenn man die verkackt davon. So gesehen nochmal. Aber... Die sind nervig! Viel Spaß! Also... Komm, verrück dich erst mal PC. Hi. Hier sind sie. Hi. Mein PC ist grad ein bisschen am wütend werden. Am wütend werden? Okay. Wütend werden. Oh Gott. Ich warte einfach bis jemand anderes kommt und mir zeigt wie der Jump hier geht. Hä? Da ist wohl jemand gestorben. Was? Hast du Flash from a High Blaze? Ich dachte gerade schon ist sie jetzt wirklich... Äh... Irgendwie ins Void gefallen. Aber das wäre ziemlich komisch. Wow, wow, wow. Sag nächstes mal bitte, dass du mich porten. Nein, ich tu dich gar nicht porten. Sei ruhig. Ich hab nichts gemacht. Hey. Oh. Sven, wann brauchst du so lange? Deine Freundin hat es schon geschafft. Die ist viel besser als du. Oh. Ist mal, hallo? Da. Hm. Ja, immer diese Anfängersprünge. Er hat es geschafft. Okay, jetzt will ich auch mal sehen, wie ihr das macht. Ich bin vorhin schon runtergeflogen. Aber wo müssen wir längst? Äh, ihr müsst da zum Holz irgendwie hin. Hier runter? Nein, rechts. Oh Gott. Guck, da ist eine doofe Decke im Weg. Wer erfindet Decke? Wer erfindet sowas Teuflisches? Äh. Wir kommen hier irgendwie wieder. Okay. Nein. Wir müssen da rüber, oder was? Nein, wir porten niemanden. Also niemanden, der hier offiziell... Wir brauchen eindeutig zu viel Zeit. Das können wir nicht. Nein, wir eignen uns einfach die Kraft des Schneidens an und machen sowas. Okay. Okay. Das wird schon irgendwie funktionieren. Okay. Ähm, gut. Zur Not teleportieren wir uns dahin. Nein, das ist ja... Das soll ja jetzt nicht zu viel... Das ist ja spielerisch machbar. Hahaha. Ohohohohoho. Ja... Alex! Ähh... Was war das? Oh... Nein! Hm... Ja, ich warte dann mal hier. Jaaaa. Neeein! Ich wills nicht versuchen, ehrlich gesagt. Du musst aber... Ich will nicht. Wir sammeln dann da rüberkommen, bitte. Mit der magischen Kraft des... nicht durch springen wir wir hatten zu doch einfach nicht die Decke dort ja du musst einfach durch die Decke durch das schafft das war ein paar Prozent hallo hier drüben gar nicht bei der Städte ich habe einen Sprung gebraucht ja wahrscheinlich weil die Hörspringer wir können du es geht ihr steht ihr seid so voll merkwürdig gesprungen ihr habt euch von diesem Vorsprung der da ist irritieren lassen guck mal hier sind doch diese Holzdinger ihr müsst auf die springen nicht da wo die Decke ist ihr müsst von dem Moosblock los springen oder neben dem Moosblock wir sehen gerade nicht viel aber ich seh dich aber ich bin auf Weg das kommt ihr habt ihr habt ihr seid ich hab das ja gesehen ich hab grad überlegt und dann ja darf ich hier noch nicht wieder runterfallen jetzt seh ich komm 60 FPS Maximum machen wir es so komm war jetzt ein bisschen billiger aus du bist billig du bist billig ich hab dich voll gedisst nein also ich hab auch eine Idee wir können es auch so machen wenn es einer schafft dann hat so gesehen jeder geschafft das ist kannst du nicht zu lange dauern sollen wir das so machen oder nicht ja dann portet euch her aber nicht mich zu euch vor ich frage jetzt erstmal ob wir das so machen sollen sollen wir ja habt nur an der zweiten Stelle das Problem ja okay dann machen wir so aber es dauert sonst ewig ja wir wollen ja nicht zu lange also vor allem ich hab's mit einem Sprung geschafft was ist daran so schwer gewesen aber jetzt hat jemand geschafft der nicht aufgenommen wurde toll ja das ist nur der eine Sprung hallo egal ich bin gleich da ich hab eigentlich nur mit dem anfang guck mal Julian siehst du den Block zwischen dem moosblock und dem kaputten von da bin ich abgesprungen und dann hier auf die holzdinger drauf aber da hier ist ja hier hier ist ja keine decke ich gebe dir obwohl du bist schon so weit ich gebe dir doch noch die möglichkeit aber jetzt können wir sehen wie der profi hier am arbeiten ist ach komm ja 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 guckt euch ziemlich am verkacken ich glaube das kann noch ne weile dauern Mist Mist verdammt Mist okay Mist und wow also jetzt geht aber ab der mo- zwischen dem moos- 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 stellen und dem kaputten und da bin ich rüber gesprungen ich verstehe einfach springen Uuuuuh das geht nicht das geht ich hab's beim ersten Mal geschafft ja du du hast doch wahrscheinlich irgendeinen Kleimut reingemacht und bam ja wie denn ich hab keine Rechte das ist echt unfair dass du das so am Ende gemacht hast ich kann dich nicht zu mir hörtern das ist überhaupt nicht unfair das ist voll simpel du darfst einfach nicht drüber nachdenken Blisser? ach du heißt gar nicht Blisser du Idiot ja mann ja ich hab dich beleidigt weil du nicht so heißt ja okay gut ich darf ich drauf treten okay ja weil derjenige das schafft aber ich hab Angst was passiert doch drauf treten wahrscheinlich geht es nur ganz gut drauf hin zum Maschen dran okay ja ähm damit hab ich gerechnet das erinnert mich an was ich glaub jemand muss sich gleich wieder ey nicht alle nehmen ey nicht alle nehmen schau mal wir machen's so nicht fair die kriegt 7 die kriegt 7 jetzt mach schon und der Rest kriegt gib her okay äh was so da waren jetzt 40 drin ja ich hab 28 also insgesamt auch von letztem mal noch zusammen ich komm nicht ins ah jetzt so jetzt muss sich jemand ausloggen und dann passt alles sag mal wie aber dann komm ich ja wieder ganz vom Anfang nein nein wir porten dich einfach dann her oder so doch da will ich aber auch meinen es ist echt gut gemacht dass das nur das ist das ist ne kritik an den Macher von dem Ding hier wir nehmen ein nein kein nein sonst ist das Sponfunk weg ich wollt grad sagen wir werden ja nicht jedes Mal hier sterben nein wir doch nicht bis zur ersten und mir die gestorben na und also warte mal sag mal wir müssen sich einer von euch ausloggen sag mal wie viel Zeit noch nicht drauf ähm wir haben noch 3 Minuten eigentlich also wenn wir jedenzeit 20 Minuten machen jetzt ist die Frage sollen wir 20 oder 30 Minuten machen ne mach mal 30 dass wir hier schneller vorankommen weil ja Advent eigentlich schon weil wir haben ja eigentlich schon den 20. also könntest du mal ja ja wir müssen jetzt bis 20. durchrushen ja irgendwie schon ja gut dann wo ich darf nein mich meins endlich ne Schneelandschaft oh ah ich hab böse Vorahnungen ich hab da hinten wird man bestimmt irgendwo rutschen ey irgendwo werden eislüssig sein ja oh ich werd's von Anfang an schaffen ich werd es mit einem Run jetzt schaffen das sag ich euch also macht euch keine Gedanken das wird easy hua hua also bis jetzt ist es noch nicht leckle 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 ähm ist das so gemacht ich glaub nicht und ich glaub das ist dann so gesehen ein Regelverstoß oder ja das ist ein Regelverstoß Leute ach komm wir gehen einfach von hier irgendwo wieder auf die Map also ich glaub wir hätten hier nicht hoch dürfen aber das sah so aus das war auch recht schlecht gemacht das war auch recht schlecht gemacht ich geh jetzt einfach wie seid ihr denn da hoch gekommen ey ich werd gespoilert verdammt nein hör auf da rüber zu schauen geh da runter hast du jetzt schon das nächste gesehen nein nein die nächsten fünf super super okay ich glaube ich weiß wo wir aber wie soll ich denn da rüber kommen boah hier rutscht ein bisschen oh leckle oh leckle oh es war knapp seid ihr von hier da rüber gesprungen oder was um da hoch zu kommen ja wir haben uns das schwerer gemacht ich glaub nicht dass er da lang ist oder doch doch okay du hast den Durchblick ich weiß ich bin immer noch beim ersten Versuch das wollte ich eigentlich erst wieder ich wollte erst wieder nach rechts springen um da hoch zu klettern aber ich hab's gelassen okay du musst aufpassen wenn der Hintergrund weiß ist und der Block auf dem man ist dann ist das ziemlich äh wo bin ich hier oh muss ich da runter nein ich hab Angst ähm Julian Juhu wir haben ein Problem ach ich bin auf die Leiter gehüpft und nicht das Tuch oh scheiße ich hab was von dem Block aufgebaut ach da muss man runter ja glaub ich hoff ich deswegen wollte ich fliegen mal ja wir müssen jetzt wir müssen da rüber schau mal das ist voll unfair viel Spaß oder müssen wir entweder machst du zuerst oder du lässt mich dahin buddeln wir gleich den Weg nach oben nein du darfst nicht buddeln das ist gegen die Regeln bitte geh da drauf bitte geh da drauf geh da drauf oh oh nein ich will ich will dich jetzt mal neu neu viel Spaß ach komm oh du hast es geschafft oh was braucht er um wie war das mit wenn es einer geschafft hat nein oh die Welt ist mies du bist mies ich bin da drauf nein ich bin da drauf ich bin da drauf okay man kann es ja versuchen nein ich glaube das ist nicht das was gedacht ist oh ich lauf jetzt ist mir egal okay boah ich hab es geschafft was okay 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 ich zähle es dann es wurde nicht gesagt dass es hier nicht vielleicht gehört es ja dazu ich glaub zwar nicht aber wer braucht Regeln hey warum brenne ich nicht hast du es vom oberen oder vom unteren ich weiß es nicht mehr ich glaube ich bin auf dem unteren ausgesehen und dann hallo hi was macht ihr denn hier schummeln was denn sonst achso schummeln ja natürlich ah ne schade ich hab's nicht mal weiter geschafft oder okay habt ihr es eben geschafft darauf zu kommen oder was ja ihr müsst da oben und spinnen ja ja aber eigentlich von woanders aus na okay ich glaub ich versuch's nicht mehr so noch zweimal ungefähr na komm ich glaub das geht das geht irgendwie machen's mit voll was anderes als mit sollten aber ach was ihr kommt schon darauf okay ich mach's lieber kannst du einen Block setzen nein nein das ist schurvel es bewegt sich ich hab auch aus versehen ein neben abgebaut es bewegt auch hierher und macht's nochmal noch ein versuch nö ein versuch geb ich mir du gibst dir gleich was anderes so ne oh geschafft jajajaja das hat er im Block gesetzt das hab ich genau gesehen habt ihr es gesehen? ist auf Kamera ja 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 ich hab ja mann ich hab aber das ist wirklich fies was die manchmal gebaut haben ach was ich hab ne idee also was ich hab erstmal du 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 Oh! Oder? Ja. Also... Ich bin auf dem Weg. Ich hab's gleich. Vielleicht. Ich weiß, Scheiße, man. Ich bin zu weit unten. Ich bin gleich da! Macht's lieber fair, so wie ich. Ich hab... Ich hab nicht geschummelt. Da fehlen Treppen! Treppen? Wovor gehst du? Hallo? Mann! Andere Seite! Ich hab' mal hier denn. Oh oh. Das wird was. Ich schaff's! Ich glaub an mich! Ich glaub aber nicht an... ...Schar-3-Triggern! Oh! Eeeh! Ah! Okay! Komm... Ich muss nur perfekt treffen. Ich hab's geschafft! Nein, egal. Okay. Geh' nochmal zurück. Ich hab Angst vor dem... ...Netz. Ehhh! Ja! Danke! Wie viel Zeit haben wir noch? Sechs Minuten. Super, okay. Also, es wäre ja schon gegen die Regen zu schummeln, was? Aber... Was spricht dagegen? Nein. Ich komm da nicht hoch, was spricht dagegen? Ich überleg die ganze Zeit, das ist echt... echt kompliziert, was wir hier haben. Es ist halt Jump'n'Run und da müssen wir halt auch irgendwie ein bisschen besser werden, ja? Habe ich so das Gefühl, irgendwie... Also, ich schieb's auf meinen PC. Ja. Das war ja klar, ist halt da. Dabei ist... Das liegt. Ja? Das liegt? Das liegt nicht an meinem PC. Ähm, ja. Das liegt an meinem PC. Entscheide dich! Ja, ja. Ja. Hör mir ab! Aua. Ist du weitergekommen? Ah, nein. Ich bin ganz weit hinten. Dann versuch's von da aus. Oh, ich hab Angst. Äääh! Yeah. Victorin die Schreie des... ... Was auch immer. Victorin die Schreie des... Na! Nee! Oh Gott. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee. Nee! Und du nennst dich... ...Shardream Dragon. Oh, geil. Entschuldigung, Buchen. Und du nennst dich Glissar. Also wirklich, ich hab besseres von so jemandem erwartet wie dir. Es tut mir leid. Du bist doch... Es tut mir leid. Du bist doch... Ein Schummler! Was bist du? Ähm... Ich schummel mich, ich spiel ganz fett. Ah! Oh Gott! Hattest du's gesehen? Ja. Oh oh. Ah! Komm schon! Ich hab's gemacht. Ja du landest. Ist ja dein Schatten... Ah ne. Ich mach das jetzt wieder so. Manchmal klappt's ja... Ich muss nur perfekt abspringen können. Das war für mich schwierigste. Aber dann hab ich verkürzt. Oh Gott, wo musste ich... Guck mal wo ich bin. Es hat geklappt. Schummler. Schummler haben kurze Beide. Jaja. Und die können nicht besser hüpfen. Also hör auf zu schummeln. Äh... Nooo! Ach klar. Kleine... Menschen können ich jetzt... Warum jetzt fallen einfach rein. Ich hab's geschafft! Ich bin so gild! So, jetzt schauen wir mal wie du verkackst. Oh ne. Aber ich sollte ein bisschen weiter gehen, weil... Wo müssen wir hin? Oh Gott! Ähm... Musste das sein? Ach ne. Ich hab übrigens keine Ahnung, wo man von hier aus hin muss. Ups. War, war, warte mal! Ist das zwei... Okay, es sind zwei Blöcke. Oh, ich weiß es. Okay. Du! Okay, ich geh zurück. Ich muss irgendwie... Irgendwie irgendwas machen. Du schaffst es schon! Jaja. Vielleicht. Okay. Okay, der Weg nach oben hier ist ein bisschen verwirrend, aber ich hab's herausgefunden. Also... Ja. Hm. Viel Spaß. Aber... Wer hat sich sowas ausgedacht? Also wirklich? Leute, die allgemein irgendwelche Jump'n'Runs gerne machen? In Minecraft? Aber so extrem! Ja. Ja, okay. Vielleicht geht es für andere Leute leichter. Ja, wir sind einfach nur... Voll die Kack-Noobs! Uah! Nein! Egal, ich bin glücksspielig. Gut und fair. Und... Ja. Ich mach dir nichts drauf. Du bist schön. Wo bist du? Oh. Ich muss dich bestimmt irgendwie hochbannen, oder? Okay. Ja! Okay, ich versuch's nicht mal nicht. Aber... Wie viel Zeit haben wir noch? Ähm... Zwei Minuten. Zwei. Okay. Dann wird es jetzt mal ganz schneller. Also ich komm... Erstmal fürs Zurückgehen braucht's nur eine Minute. Und dann schaff ich den Rest auch in einer Minute. Kein Problem. Also... Wow. Wir könnten uns ja die Zeit ein bisschen... ...das nächste Mal mit ein paar tollen Wortspielen irgendwie... ...vertreiben. Ja. Also lasst euch was einfallen. Nein! Okay. Okay. Also... Wie? Hast du dich vor... Hast du dich da hochgeschummelt, oder wie? Ja. Warum... ... hast du fast angefangen zu lachen? Warum lachst du? Ach komm. Okay. Okay. Ein Ding der Unmöglichkeit. Du bist ein Ding der Unmöglichkeit. Du bist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ja, glaub ich dir sofort. Moment. Also... Find das richtige Loch. Hi. Hey du Schummler! Ich hab's genauer gesehen. Du bist einfach hierher geflogen. Ja. Komm. Lasst euch ruhig zerquetschen. Okay. Also... Dann haben wir es ja jetzt so gesehen geschafft. Okay. Dann schnell zu den Betten gehen. Ich glaub jetzt könnten wir schon mal vor drei... ...vor drei warten und dann... ...den nächsten Teil beginnen. Also... ...den Teil erstmal beenden würde ich mal sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Und zwar währenddessen wir schlafen. Ja. Ja. Und... Ignoriert mal... Yo. Ignoriert mal kurz die ganzen Befehle im Chat. Die... ...verhaupt nicht gecheatet waren. Mit dem teleportieren und so. Ihr seht nichts. Ja. Ah egal. Ich lass uns einfach. So. Also... Okay. Ich würd dann was sagen. Ich will, ich will. Nein! Das kommt erst nächstes Mal. Nein! Ich würd was sagen. Ich will, ich will. Okay. Also... Ich würd dann mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao! Tschüss!